guten morgen bei mir ist es zehn uhr vormittags in einem sonntag ende juli und es drängt mich ein paar sachen gleich vor der abfahrt nach orleans zu sagen vielleicht mal lokale bericht also du kommst rein stehst sofort im wohnzimmer links eine miniküche also das ganze ist halt ein ganz ganz winziges kleines hüttchen dass er sozusagen steht einstöckig auch nur also nur eine etage und geht zu links in die ecke und dann rechts und dann ist ein schlafzimmer und dann am ende war mein zimmer also du kommst zum eingang rein und dann liegt erst mal das sofa im wohnzimmer voller menschen also da irgendwie da die geraldine die vermieterin irgendwie ihre freundin auch so um die 50 so die mutter und drei kinder und ein hund und die sind also der sonntag hat gestartet irgendwie um 9 uhr und sofort geht der fernseher an alle kleinen kinder die sind zwischen drei und sechs vielleicht alle hängen am oder vielleicht auch sieben der eine und alle hängen am handy zusätzlich zum fernseher die erwachsenen liegen auch da und gucken also hin und lassen sich berieseln ja wirst du natürlich sagen ja oder ja wahrscheinlich die meisten von euch werden so sagen ja mein gott das sind halt nach das alles machen wir doch nicht und wie können die nur nur so vielleicht aber dieser part von wegen viele werden es nicht schaffen das gehört halt zu diesem strang mit dazu es ist wie eine seuche die wir nicht werden aufhalten können und das ist der inhalt dieses videos wir können eigentlich nur versuchen die grundlage für zeiten für neue zeiten zu schaffen in denen diese seuche nicht mehr sich ausbreiten kann eine seuche eine medienseuche eine ja eine eine zerstörung auch der jungen avatare ein vollkommen sinnloses leben weil das geht die zwei drei tage die jetzt da war geht das halt so das wird immer so weitergehen war bei meiner mutter im grunde auch nicht ähnlich also menschen ab ja so aber das was die steilvorlage gab für dieses video oder für mein bedürfnis ist ein anschluss an gestern wo ich über man und frau so ein bisschen philosophiert habe so in der gewitterstimmung dass ich um ich glaube es war dann viertel nach eins halb zwei musste ich dann doch mal aufstehen um zu sagen könnte ich ich würde jetzt gerne mal schlafen ich hatte extra länger gewartet weil ich das schon kapiert habe ich war lange unterwegs und da video gemacht und so weiter und dann im zimmer noch so dass ich dachte so halb eins jetzt müsste eigentlich mal müsste eigentlich mal ruhe sein können aber die weiber und da kam die andere seite hoch die ich euch nicht erzählt habe da fing das hat die weiber überhaupt nicht gejuckt wie spät es war dass dann gast liegt sie wissen weiß im vortrag auch schon gesagt habe und auch adresse schon da waren sie und sie wissen ja wie hellhörig es ist und die gigant da und dann so und da wurde sogar noch wirklich wirklich viertel nach eins da wurde noch angerufen irgendwie auf laut gestellt und irgendwas war so ganz lustig ist ja bei den mädels und so dann das haben die dann gerne und so und das ist genau da merke ich wieder halk rauskommt und er möchte einfach mal rein schlagen es sind desolate zustände desolat ich bin noch mal einen schritt nach oben gegangen und habe mir gedacht auch ähnliches habe ich schon geäußert meine lebensreise wird ja wie deine auch mal irgendwann zu ende gehen also vielleicht erreiche ich das alter meines vaters ich habe noch zwanzig jahre 25 30 ist es ist auch egal irgendwie ich kann es auch gar nicht fühlen was das bedeuten würde zumal ich häufig auch so anfälle habe von das wird das wird eine ganz schöne durststrecke habe ich eher so das gefühl also ich werde den krug bis zur neige auskosten aber so aber die frage stellt sich dann wann war oder habe ich mir recht früh gestellt wann wann ist dein leben eigentlich gut wann kann ich sagen es ist rund oder ich habe meine aufgabe erfüllt fast eine aufgabe ich habe eine aufgabe das sind ja erstmal ungewohnte gedanken ich bin aufgewachsen und auch wurde nie auch gegenteilig irgendwie informiert oder instruiert bin halt da aufgewachsen ins leben hinein geschwommen gestolpert habe das erzählt damals in winzbach im internat wo dann abi war und da war dann irgendwie die schule vorbei und irgendwie so ein freiraum öffnete sich und bevor mich dann die stromschnellen des lebens ergriffen haben und dann irgendwie nach stuttgart gespült dann nach paris und dann zivildienst und hier und da und der strom die stromschnellen des lebens war das so dieser freiraum und ich habe schon mir gedacht so ich habe es was kommt denn jetzt und da hätte auch eine antwort in irgendeiner form kommen müssen da wäre die instruktion nötig gewesen aber so bin ich einfach dann in dieses leben hinein gespült worden und und ja dann ja mach halt dein leben mach halt was draus so mach halt was draus nutze dein leben carpe die nutze den tag okay und habe dann versucht so wie alle anderen irgendwie so meinen weg zu gehen und dann war ich kaum ein bisschen wach geworden dann also lohland das war wunderbar da habe ich das habe ich das super für mich da habe ich das gefühl ja jetzt kommt eine super etappe dann wurde ich schwanger also irgendwie dann ergab sich das eben dass eine frau mein leben trat und dann offenbar söhne kommen wollten also dann nahm also eine ganz scharfe eine haarnadel kurve nahm dann mein leben und dann ging es mit quietschenden reifen ab nach kassel hoch statt runter an bodensee wo ich eigentlich hin wollte ja gut und dann hat man hat man plötzlich kinder und dann auch von nix eine ahnung weder wollte ich kinder noch habe ich darauf zugearbeitet noch hatte ich irgendein wissen davon also wie die allermeisten von euch stolper ich halt das so rein und dann dann wurstelst du dich einfach so zurecht ist es nicht so du wurstelst dich zurecht und irgendwann habe ich mich mit steuergesetzgebung auseinandergesetzt also musste meine steuererklärung machen dann in richtung selbständigkeit aha und das und jenes und so und bücher gewälzt und man versucht halt im gegebenen rahmen dann mit den aufgaben die sich einem dann schneller auf den schreibtisch stürmen als man piep sagen kann das irgendwie abzuarbeiten und damit irgendwie klar zu kommen das ist doch eigentlich so der lebensentwurf und die reifen müssen gewechselt werden und so und und vielleicht hat man auch ein schönes hobby dann kann man was vergessen oder man kann mal keine ahnung irgendwie wandern gehen aber der rest des lebens dass da ist man so im gewühle in diesen schäumenden wogen des lebens drin dass man sowieso das sowieso land unter ist irgendwie bis mir eigentlich irgendwann durch ein paar wendungen des lebens heute klar ist dass das am anfang auch schon richtig ist denke ich mal wenn ich über die jahr siebte nachdenke was ist irgendwie in welchem lebensalter das motiv was ist auch richtig was sollte man von dem kind erwarten ein kind braucht noch keine steuererklärung zu machen selbst wenn es das könnte es wäre viel zu früh weil die lebenskräfte erst einmal den körper formen müssen bis sieben jahre dann muss es erst mal dann wird dies frei um grundlegend denk und vorstellungskräfte zu entwickeln dann kommen die gefühlskräfte und so weiter und dann darf bis 35 auf jeden fall darf da gerne mal grundlegend dieses gefühl da sein einfach mit den aufgaben die das leben und natürlich indirekt die die das leben auch dann die regieren die erwachsenen nenne sie politiker eltern wie du auch immer willst dass sie die einfach mal vollführen ohne nachzudenken das ist in ordnung aber irgendwann kommt genau müsste genau der punkt kommen den ich nenne für mich auf dem holodeck dass man das im gleis man ist auf dem holodeck und das holodeck ist ja so eine art so eine art simulation ich glaube ich glaube sogar selbst wenn man spirituell gerade auch mit ruder steiner unterwegs ist selbst dann ist dieser vergleich berechtigt der simulation aber durchaus eine ernste simulation kennst du dich mit spiele entwicklung aus mein lieber mit mensch thomas christian ich habe mich in diesem video noch gar nicht vorgestellt vielleicht früher mal christian von troja christian der troer ist aber auch nicht wichtig hast du dich mit spiele entwicklung beschäftigt was ist damit eine der wichtigsten aufgaben und berufe sozusagen wie auch bei allen programmen es ist die aufgabe des testers der eine entwickelte spiele und hat eine gewisse konzeption und dann gibt es andere leute die werden beauftragt das spiel zu spielen um dann rein technische mängel aufzuzeigen aber auch auch im spiel so in der dramaturgie fehler in der dramaturgie wo dann du sagst jetzt entweder das verstehe ich überhaupt nicht was du dir ausgedacht hast oder das macht keinen spaß oder es ist einfach nicht logisch an der stelle und so weiter der tester des spielentwickler ist mit der der wichtigste und da gibt es auch ein interessantes doku dazu einer keine doku eine serie ich habe schon wieder vergessen auch auch sehr gut gemacht auch mit den schauspielerinnen auch schauspielern dialogen es ist immer interessant dass dann doch dass man sieht aha es ist nur eine kleine serie aber offenbar steckt da richtig geld dahinter also dass da frage ich mich sofort wieder da werde ich sofort hellwach und frage mich okay oder mir ist klar hier besonders aufpassen und zwar irgendwie ein paar junge leute irgendwie im mittelpunkt stehen der bruder der mir eine militärische ausbildung hat und eine schwester alle schon in der zukunft virtuelle realität ist weit fortgeschritten und sie und er bekommt ein angebot oder die er bekommt angebot als spieltest da gibt es seine schwester weiter sie setzt so ein head so irgendwie mit elektroden hier am kopf einfach nur aufgelegt auf und dann dann quasi ich klinge mich jetzt augen zu ich klinge mich ein in die virtuelle welt und sie glaubt dass sie es testen muss tatsächlich aber bekommt sie dadurch kontakt in die vergangenheit es ist auch unglaublich interessant was uns gezeigt wird also quasi in eine andere die menze die dimension in die vergangenheit bevor diese große katastrophe passierte das hängt dann immer davon ab wie man im leben steht und man sagt die katastrophe ja die augen zucken die lieder rollen irgendwie so ob man nur oder ob man immer wach wird was kann schon wieder katastrophe was was haben die denn mit ihren katastrophen immer ne es ist hier nur film pandemie und millionen sterben ist hier nur film nö das war jetzt ja gerade in der wirklichkeit moment auf dem holodeck das war ja ist ja komisch aber egal also sie bekommt dann darüber anschluss an die an die vergangenheit und es wird auf einmal unglaublich bedeutsam was sie hier tut spiele entwickler auf dem holodeck ich spiele tester ich empfinde mich heute als einer der nachdem er wach genug geworden ist dann begreift eine vornehmlichste aufgabe in diesem spiel des lebens wie man das immer auch nannte ist zu gucken zurück zu melden auf die höhere etage wie ist das denn da unten ist das alles so eingerichtet ist da noch alles quasi weil wir wissen es ja nicht wir haben jetzt irgendwas uns ausgedacht unsere höheren ich vielleicht oder die haben vielleicht sogar schon alarmmeldung reinbekommen wir haben irgendwas gehört von weltkriegen und hungerkriegen und irgendwas mit so einer klima katastrophisch stimmt das was ist da unten los und wir sind eine spieler tester hier unten auf dieser ebene und unsere aufgabe ist zurück zu melden wie es hier läuft und da kann ich nur sagen katastrophal das kann ich aber auch nur sagen weil ich mich ermächtigt habe und ich glaube dass da herr der ringe eine große rolle gespielt hat und auch noch mal die corona krise die habe ich für mich ja damals auch eine serie gemacht damals noch so schön mit anzug und so weiter nicht dass das schlecht wäre aber ist ein anderes thema entschuldigung mikrofon und habe dann corona sei dank eine serie gemacht die ich heute sicherlich freier halten würde und aber letztlich der inhalt der gleiche nur dass ich mich ermächtigt habe auf die position jener leute die heute unser leben bestimmen irgendwelche leute in irgendwelchen weißen hemden die dann irgendwas suggerieren sollen leuten mit den attitüden und den attributen der macht und dicken autos da q8 und q100 und was auch immer und boah und bonze und brilli und kohle und und so weiter da lässt man sich ja ganz leicht beeindrucken leute die in rapallo in locale oder wer sei wo wir hinkommen irgendwelche verträge machen irgendwie strunzdummen strunzdummen hansel irgendwelche macht menschen und ich habe mich da wirklich ermächtigt in das spiel wirklich zu testen und dazu musst du dich auf eine ebene über dem spiel erheben und sagen macht das hier irgendeinen sinn ist das irgendwie logisch gibt es hier brüche macht es überhaupt spaß mit den anderen zu spielen und du merkst dass die meistens halt wie die meisten irgendwie einfach so ihr leben richten und ein verbreiteter spruch ist ja wer wer bist du denn irgendwie da irgendwie hier da was machen zu wollen geht doch in die politik wenn du was verändern willst es fällt einem auf dass die leute so wie in westworld wie es gesagt habe so hallo fremder wie geht es dir möchtest du einen drink haben heute kommt dann deutschland sucht den superstar es kommt dann wirklich vor wie im kasten der theater immer so standard setzte stereotype dinge auch wie die menschen ihr leben verbringen mit fernsehen ja urlaub urlaub da müssen wir hinfahren und keine so gut wie so gut wie die wenige oder dann im system das habe ich dann gerade wenn aufgeklärten so wahrgenommen wo einem so schön feil geboten wird angeboten wird auch vom internet wo auf einmal diese ganzen dinge auftauchen da kann man sich so schön aufregen und über gestern wieder ein beitrag ja die dummen schlafschafe und die dummen so und der da 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 es ist nur eine ewige tirade und ich kenne irgendwie es wäre heute würde ich sagen die aufgabe dass wir nach oben grundlegende rückmelden also an uns selbst unsere höhere selbst leute dieses spiel macht überhaupt keinen sinn mehr die sagen uns jetzt war wir also wer bist du denn und nein und so läuft das schon und das leben war immer schon so aber ich kann sagen das gehört vielleicht das programm ist verrückt geworden also das hat man auch ganz vielen film ich glaube stanley kubrick und so weiter wo der computer dann verrückt wird und man erkennt das dann am ende dann so so irgendwie so overload 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 also über so und dann da macht er wirklich lauter komische sachen und dann wendet sowie in auto immun erkrankung dann wendet sich das alles gegen einen selbst ja wir sind dabei schon auch körperlich die avatare sich selber irgendwie aufzufressen so ok und in diesem bewusstsein dass es zu wecken gilt in diesem bewusstsein gehe ich durch die welt und stelle fest wir haben vor 200 jahren jetzt kann man sich schnell durchlauf machen vor 200 jahren spätestens wäre eine übergabe nötig gewesen des wissens um die einrichtung dieser welt wie nach den gesetzen des lebens der strom des lebens hier und wie dort hinein aber heute nicht mehr ein könig dirigiert sondern jeder sich eigenermächtig quasi die impulse auf richtige art und weise in den sozialen organismus einbringt wie eigentlich das alte königliche system jetzt neu verwandelt in der welt stehen soll die welt darf nicht mehr durch herrscher nicht mehr mitteleuropa auf jeden fall nicht mehr durch solche herrscher die regiert werden weil sonst die das hängt auch mit christus zusammen die eigenermächtigung ich hole meine sterne runter nicht der könig stellvertretend für alle der schreibt doch nicht mehr stellvertretend für alle die verfassung sondern jeder einzelne bewusstsein seiner verantwortung steht in der welt holt seine sterne nachdem er die obrigkeitshörigkeit überwunden und gekappt hat so gegen 35 zu et cetera und das hätte eigentlich schon lange in der welt sein müssen aber die ausbildung dafür wurden nicht geschaffen es ist meine tiefste überzeugung dass wir heute die ausbildung überhaupt erstmal schaffen müssen was versäumt worden ist leider im bewusstsein der lage solange ich solange ich im spiel bleibe da gehe ich als man dann eben darum und finde auf der einen seite in frauen oder es zieht mich hin und dann darf ich dann irgendwie zwischen die beine und nicht nur das sondern ich habe da auch gestern so ein pärchen gesehen er saß so da und sie war eine stufe tiefer da irgendwo und lehnte so an ihn und er durfte sie umfangen mit seinen armen das sind auch momente tiefsten glücks die ich da empfunden habe und ich meine das auch überhaupt nicht ironisch oder sie es ist aber immer so dass die frau sich irgendwie so an den mann anschmiegt das fällt man irgendwie gar nicht ein sich anzuschmiegen sich anzulehnen irgendwo weil er dann auch das gefühl mit der selbstaufgabe hätte das ist bei der frau ganz anders sie kann sich anlehnen voll bei sich sein bis ich gemerkt habe dass irgendwie das irgendwie als ich dann diesen wohlfühlpakt entwickelt hatte für mich dieses mal was was haben wir einander denn zu geben dass man zu formulieren dass von frauenseite so gut wie keine berührung zurückkommt das ist wirklich sehr auffällig weil sie eben halt sich anlehnt sie hat die arme bei sich und er streichelt sie hier und maximal legt sie die arme bei ihm um den hals und dann hat sie die hände hinten so ganz selten mal dass sie die hände auf seinem rücken hat und hier streichelt oder gar wissende hände hat die man seine schulterblätter befühlen und vielleicht mal dann irgendwann sagen komm schatz leg dich hin ihn ausgiebig massieren kommt von frauen menschen aus verstehbaren gründen nicht und da ist mir erst mal genau wenn ich das aber alles nicht wüsste dann würde ich jetzt irgendwie immer wie ich es früher gemacht habe vom regen in die traufe kommen also irgendwie da vorne läuft ein frauen mensch ich da jetzt muss ich euch nicht zeigen mal wieder einer die anatomischen merkmale stimmen irgendwie die art des ganges die art der selbstsicherheit und schon möchte man irgendwie dahin irgendwie in die richtung weil irgendwie eine art von ja von versprechen über all dem liegt das ist das eigenartige mit den aus männer sicht mit den frauen menschen dass alleine die formen dann und dann vielleicht noch mal getoppt dann durch ihre haare langen haare und der entsprechende blick vielleicht einfach dann beim ersten rendezvous sich irgendwie so einkuscheln und sagen du bist ein ganz toller thomas das sind so magisch wirkende dinge es ist als ob sowieso ein hologramm dahinter aufgeht wo steht sie haben den jackpot hiermit wird ihnen versprochen ewiges glück hiermit haben sie anspruch auf das ist ich glaube das ist ich habe schon mal gesagt wie eine inschrift irgendwie ein blick in eine uralte zeit in der gab es diese vereinbarung wohlgemerkt nur für den kerl der auch seinen part erfüllt hatte aber das ist jetzt irgendwie ausgeschaltet und man geht zur frau hin und irgendwie ist das ich werde überschwemmt mein gesamter organismus meine psyche nennen sie du willst wird überschwemmt nur durch diese partie dass ich dass ich sie halte wird überschwemmt von einer diffusen glückserwartung bis ich mal irgendwie aufwache und denke die scheiß weiber können die einfach morgens um ich bin ein gast bei er bin visa haben die eine macke haben die macke könnt könnt ihr denn können die denn eigentlich nicht witzigerweise kommt da gerade eine der frauen da um die ecke können die denn eigentlich nicht mal irgendwie die klappe halten das ist doch wirklich unverschämt und da haben wir auch dieses format das entsprechende frauen format so das will ich jetzt total irritierend bleibt an der kreuzung stehen ach so das ist meine genau das wundert mich ist irgendwie auch nicht auch zu dem bild man bleibt an der kreuzung stehen das auto tuckert das ist nämlich meine vermieterin die geraldine sieht man es auch nicht passt auch und da wird eben halt da geratscht und dann hat man noch was zu ratschen nachdem wir vorstellen auf der couch lag in den leggings nicht wahr so der auspuff tuckert muss wohl mal in die werkstatt so also bei den scheiß weibern und das ist natürlich auch umgekehrt sicherlich da dass es passieren dinge die wir überhaupt nicht kapieren wir kapieren weder unsere erwartungen wir haben keinen klaren blick für das gegenüber es scheint sogar gäbe es überhaupt nicht mehr mann und frau aber doch es stellt sich heraus es gibt sie und mit dem was ich entwickelt habe ist es irgendwie eindeutig auch denn differenzierbar sogar in diesen entwicklungsstufen ich hoffe für dich inzwischen auch und das dann auf der einen seite irgendwie ja also dass das vokalische dieses beine breit machen das entdeckst du aber wieder du denkst das ist für dich als mann weil du in ihr sozusagen sie das bewirkt dass sie jetzt nur durch dich in den höchsten tönen flötet aber tatsächlich tut sie gemacht sie genau die gleichen laut auch mit ihren freunden auch morgens um viertel nach eins während der gast da schläft und dieses ach das ist so lustig und so weiter und du merkst okay das ist ein film das ist ein ganz weiblicher film und so weiter ich will es da nicht wieder tiefer einsteigen und umgekehrt sicherlich auch dann gibt es beim beobachtung noch befremdung von frauenseite also man stolpert da so durch das leben und bis man sich dann einmal darüber erhebt und sagt ach so das ist hier so ein zirkus ich bin hier in der spielewelt und das sind im grunde avatare die hat irgendjemand mal analogie zu heutigen spielen irgendjemand mal ihren grundfunktionen grundfunktionen programmiert die haben halt gewisse möglichkeiten ach so und die müssen im grunde erst mal ach so das verhalten das ich sehe ist im grunde ein verhalten dass dieser avatar zeigt wenn er nicht aktiviert also wenn die verschiedenen levels nicht bewusst quasi irgendwie aktiviert wurden und dadurch quasi ein reflexartiges verhalten deaktiviert in ein reflexartiges verhalten wenn du dann gegen jemanden kämpfen sollst mal angenommen so eine spielefigur hatten wir damals so so oder mit oder mit bein irgendwie das musst du schon machen irgendwie steuerknüppel so kommandos irgendwie geben musste mir früher mit so einem kleinen joystick machen und natürlich wenn der reflexartig nur weil der feind in die nähe kommt irgendwelche aktionen machen würde dann würde man wahrscheinlich das spiel nicht gewinnen und so ist es eben auch heute du begreifst das langsam ach so das verhalten dass ich in mir vorfinde was mich da anzieht das ist ein uralter mechanismus und da entsteht hier ein sog und ich komme hier und hier auch noch ein drängen und dann gehe ich dann durch die frau durch und finde mich in der leere wieder und was ist denn hier los ach so es gab früher eine gesellschaftliche eine gesellschaftliche ordnung ach so die ist ja weggebrochen das sieht man noch gar nicht mehr es gibt auch gar keine hinweise mehr dass da mal was weggebrochen ist also früher wurde jeder zack zack an seinem platz gestellt da gab es ganz klaren kodex und so weiter farben normen also durchprogrammiert also im grunde wie eine art relativ langweiliges schauspiel wo jeder eigentlich wie in westworld seine rolle spielt jawohl herr kommandern jawohl und und das weibchen spielt seine rolle das männchen spielt seine rolle und wenn du vater bist dann hast du das zu tun wenn du barter das zu tun und so weiter das ist jetzt weggefallen jetzt tanzen die puppen das begreifst du erst mal jetzt tanzen die europen jetzt kommen irgendwie ein paar dahergelaufene wölfe her und diktieren in rapallo und locano und versailles und so weiter diktieren irgendwelche regeln und du bemerkst dass diese regeln aber irgendwie eine art imitation sind also die anderen sagen ja die sind alle böse böse die wollen uns versklaven die wollen es umbringen ich mache das so weil um es zu überzeichnen dass man irgendwie auch merkt wie blöde das ist denn denn wenn du genauer hinschaust dann agieren die nicht so wenn leute die jemanden umbringen wollen die hätten das schon längst tun können die an den hebeln der macht sie hätten einmal einmal hier übers land denkt der methoden aus trinkwasser vergiften oder sonst irgendwas wäre es schon längst möglich gewesen die welt zu entvölkern schon längst also die mit den finsteren plänen das entspricht einer programmier ebene dass der mann sagt ich weiß es ganz genau es ist es ist ein kabarett es ist irgendwie der nicht aktivierte mann der 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 erkennt auch nicht wann er an der nase herumgeführt wird sondern zum beispiel von der frau oder sagen wir einer weiblichen schleue und die gibt es eben auch in der welt siehe kommunismus agitation etc aber ich kann das heute durchaus merken weil ich wurde an der nase herumgeführt von einem mann ist es aber egal der mich dann ausgenommen hat wo mir damals ich habe das schon mal gesagt glaube ich ein unternehmensberater gesagt hat thomas du lässt dich zu leicht bei der ehre packen und da bin ich überhaupt erst mal wach geworden was für eine ehre was meint ihr denn und ach so der eine muss quasi nur ein triggerwort sagen und schon springe ich an wie der hund aufs leckerli ja so war das aber dadurch wurde ich auch wach für die für die für das was hier wirklich los ist also das heißt die die heute an der macht sind die sind da auch nur hingekommen weil ja das schiff ist ich steuerlos und da 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 geht das ruder ist mal rechts rum und dann schaukelt das schiff nach rechts aber wir sind eigentlich treiben wir auf einem riesigen ozeandampfer treiben wieder hin und werden von den welt also die wellen bestimmen wohin das schiff irgendwie steuert und dann irgendwann geht einer mal ins ruder und macht so ein bisschen so und sagt hier maschinen rückwärts oder was auch immer irgendwelche kommandos die ihm sinnvoll erscheinen auf der grundlage von karl marx auf der grundlage von keins auf der grundlage von wem auch immer denkst du ja selber aus irgendwelche schulen weil der dann kommt sagt ich habe jetzt den liberalismus erfunden ich weiß ganz genau wie es jetzt geht und dann werden dann mein wegen 1933 werden irgendwelche schriften verteilt beim amerikanischen präsidenten morgentau die hat dann erkannt die deutschen sind das grundüble die deutschen vorher waren es die japaner und die türken und dann war es mal der und dann wurden die armenier abgeschlachtet und dann hat man den abgeschlachtet dann hat man auf die harz vieler geschimpft und so das schwappt hin und her hauptsache irgendeiner ist das schwarze schaf aber was das schwarze schaf prinzip war und wozu und wieso das kapiert das kapierte mir keine mitte läuft so ein armer schwarzer mann jetzt hier irgendwie rum irgendwie was ich schon älter mit hängen der lippe mit dem handy und irgendwie fern seine heimat mit dem handy also irgendwie ein lied das ihm gefällt so eine eigenartige merkwürdige welt ich wiederhole noch mal ich gehe gleich das thema ein falls sich das langweilt aber das ja ein wichtiges thema heute das schiff das schaukelt hin und her und und die leute die machen da oben dann die sagen ja ist jetzt da da haben die da eine anzeige gehabt irgendwie wenn du ein einkommen haben möchtest vom monat 10.000 euro aufwärts man nennt das sogar noch diät ja das stimmt das finde ich wenig diät ja dann kommen die politik was musst du dafür tun ja du musst im grünen arschloch sein also mal ganz ehrlich die allermeisten also das erste was du tun musst du in die partei eintrittst du musst gut nachbeten können das können insbesondere die frauen menschen gut ich bin da heute unerbittlich nachbeten nachbeten im auswendig lernen und perfekt wiedergeben können die frauen menschen die männer menschen die sind nicht so ganz schlau das wissen wir auch die die behalten es nicht so gut aber die können gut befehle befolgen die einen beten nach und die anderen befolgen befolgen befehle und die wissen vor allen dingen wenn sie irgendwie treten müssen ellenbogen rausfahren müssen so also das ganze parteien wenn du wirklich nüchtern drauf schaust ich habe mit meinem vater auch noch mal gesprochen und und er macht immer wieder auch so andeutungen da ging es um heinz rühmann und das war es dann nach dem nach dem nachts nach dem zweiten weltkrieg heute dann sagt er die ganze mischpoke ja wie man das so nennt die ganze mischpoke die ganzen drahtzieher waren alle wieder da so alle da das sind wieder da und er sagt doch alles voller juden und so weiter das war sagt er schon sehr interessant dass da mitten im krieg und seine mutter war da ja wohl mitten ja irgendwie weiß ich hatte sich da ein bisschen so eine art bordell aufgemacht keine ahnung den sohn im stich gelassen und sich dann erst mal da irgendwie schön rumgetrieben ja klar das leben genossen und auch ausgenutzt wie auch immer ich will auch nicht urteilen geht mir auch nicht darum aber sagt er du kommst in die filmwelt du kommst nicht in die filmwelt ohne dass du dreck am stecken hast und wenn dann musst du dir erst mal den stecken dreckig machen du weißt was ich meine und so ist das auch heute in der politik du musst in irgendeiner form du musst mitlaufen bitte nicht selber denken und du kannst heute wissen dass die da oben an den rudern der macht vor allem ein interesse haben ihre eigenen freunde dass sie irgendwie dann sich daran berauschen macht zu haben und dann ja und da muss man dann irgendwelche rädchen drehen und da werden sie dann irgendwie von von reiner ja probier mal das mal aus hat 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 jemand noch irgendeine ahnung so ein handbuch da und und niemand mehr nimmt diesen job ernst und klar manche schon aber die nicht die entscheide und sie richten halt mal irgendwas ein weil so nach dem motto das war jetzt die 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 eintrittskarte wenn du eine politik willst dann musst du halt dann irgendwann auch mal befehle geben ja mein gott was befehle ich denn dann gucke ich halt mal hier eine glaskugel nach auch ich befehle mal das und das so ist es ja heute keiner mehr versteht diese welt es geht hü und hort kommunismus kapitalismus und das hauptsache am ende sage ich mal afrika irgendwie da irgendwie unter unsere gewalt bringen sagt die amerikanische regierung mit der mit militär wunderbar machen wir gleich mal gibt es was zu holen ja gibt was so alles klar veranlass mal irak platt machen geld rausholen macht menschenopfer wunderbar das sind eigentlich die motive die heute die welt beherrschen untertritt eben jemand wie ich auf und der ermächtigt sich und sagt moment was ist denn hier los ach ich bin als spieletester hier runtergekommen und wir müssen das uns klar machen wenn wir die rückmeldung nicht geben nach auf die nächsthöhere ebene also wenn wir uns hier auch nicht in dieses bewusstsein stellen dass der saftladen dieser kahn ist am untergehen dann wird für alle nachfolgenden generationen die gerne auch herkommen würden um ihre inkarnation um ihr lebensspiel hier zu machen und die werden dann hier in einem albtraum landen also für uns jetzt hier mitteleuropa mag es ja noch einigermaßen gut gehen von millionen burnouts und depressionen und armut und und trennungen der paare und ewiger streit mal abgesehen ja so als ob das jetzt nicht schon gut genug wäre auch in diesem noch friedlichen nach außen zumindest friedlichen mitteleuropa wie es da in anderen teilen der welt aussieht das wisst ihr selber so und die müssen sich nun klar machen das ist der das ist ja der auftrag von das grundproblem unserer zeit die müssen sich unbedingt klar machen die müssen die müssen ideen hier entwickeln weil das kann man auf der anderen seite nicht sie müssen hier in dem bewusstsein dass man nur in dieser welt nur auf dem holodeck haben kann müssen ideen und auch dann schon umgesetzt in kurse maßnahmen die wir miteinander wie wir miteinander arbeiten wie der an sich selbst arbeitet was wir ausprobieren siehe das spiel des lebens was ich dann vorgestern also im vorletzten video ausgeführt habe angedeutet so prinzip druck prinzip wir müssen versuchen hier etwas wieder im sinne der der bestehenden göttlich geistigen gesetzmäßigkeiten die für diese spielebene nun mal gelten müssen wir versuchen ein neues funktionierendes spiel hinzubekommen denn wenn wir es nicht tun tut es niemand und dann wird das holodeck das eigentlich immer erhalten bleiben soll für alle generationen die kommen und kommen die hier durchgehen um weiter zu gehen wenn das holodeck versagt wenn das holodeck zur zur arimanischen horror welt wird oder wie auch immer nutze ich will es jetzt nicht differenzieren dann es kann nur von hier aus repariert werden verstehst du also nur hier kann eine diagnose gestellt werden auch reparatur maßnahmen empfohlen und das nehmen wir mein wegen dann das nehmen die versterbenden mit die ja dann als später die 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 vor erfahren ja wir sterben dann und kommen dann als als kinder unserer kinder ja wieder und dann können wir da vielleicht in diese welt impulse bringen was aber auch nur geht wenn wir eine welt haben in der kinder impulse geben können und ich meine nicht kinder an die macht ich meine dass man ein lebensumfeld bereitstellt wo mit jaziden gerechnet wird du musst erst mal das entwickeln dann das dann das dann das bis 35 bist du klar im kopf wirst und im bewusstsein deine verantwortung wo du schulungen in beziehungskunde in kinder und so weiter erhalten hast und dann mit deinem vater in ein gespräch gehst oder mit deiner mutter so dass der sagt so mein lieber sohn bis dahin haben wir das schiff gebracht wohin soll denn dein kurs gehen dann kannst du ich sterbe komme später wieder als kind dann meiner späteren eltern und wenn die auf mich hören kann ich mit ihnen als gestalter ihrer welt mit männlich weiblicher kraft kann ich dann als kind mit dem späteren vater ins gespräch gehen und kann mit ihm gemeinsam die nächste spieletap entwickeln aber dafür muss grundlegend jemand das setting hier machen ungefähr klar okay was würdest du von einer von einer anzeige halten die sagt suche suche partner bitte folgende eigenschaften gewünscht charakterlos hemmungslos willensschwach unbeständig pietätlos treulos ich wiederhole bitte sei charakterlos hemmungslos willensschwach unbeständigkeit ganz besonders gewünscht genau wie auch pietätlos also keine frömmigkeit pietätlosigkeit und bitte wichtigstes merkmal sei nicht treu würdest du dir da nicht an den kopf langen naja hoffentlich zumindest kurze pause das ist übrigens eine stelle aus das erwachen der lämmer auf die ich mich beziehe ich lese gleich weiter vor erst einmal dürfte es verwirrung mindestens hervorrufen was ist denn das für eine komische anzeige wieso wieso sucht jemand charakterlose leute wir haben jetzt ja uns in vater und muttersprache weitergebildet ich habe gesagt das prinzip des einen und der vielen konstituieren diese welt das heißt die es wurden überhaupt erst mal in der schule des lebens zwei sehr einseitige prinzipien entwickelt um die schöpfung nachvollziehen zu können wie sie spielt stell dir eine szene vor da bist du jetzt im klassischen konzert und dann dann ist dann zeit für das violinsolo dann wäre es ja wichtig dass damit das wirklich herauskommen kann und auch in seiner einzigartigkeit die virtuosität die da vielleicht gezeigt wird um es würdigen zu können um es auch aufnehmen zu können überhaupt als zuschauer zuhörer muss ja gewährleistet sein dass erstmal ruhe im saal ist also wenn da alle irgendwie laut durcheinander lachen und kichern und tratschen hat einfach so das stimmengewehr auf irgendeiner party auf einer feier dann würde das natürlich im lärm untergehen das heißt die anderen kämen nicht weder in den genuss weder in den genuss dieser darbietung noch zu dem bewusstsein was dieser mensch kann also ähnlich wie das schloss herausragen muss damit man es wahrnimmt neu schwanstein oder was auch immer und dann kommt man rein und schon am anfang wirst du gesagt hey ruhig und so hier wird nicht rumgeschrien und dann gehst du erstmal in diese ruhigen stimmung also nicht nicht quatschen und so weiter durch die säle und dann bist du erstmal aufnahme bereit um zu merken was für erlesene kunstwerke also es muss dort ruhe herrschen damit der herausragen kann das bedingt sich und nur dann sind die in der lage das aufzunehmen diese diesen einzigartigen moment diesen einzigartigen als solchen auch zu würdigen und dann kann man das mit nach hause nehmen und dann kann es wirken dann kann man es verdauen und nehmen wir jetzt die buchdrucker kunst es muss gewährleistet sein damit die buchdrucker kunst überhaupt entstehen kann um sich dann später zu diversifizieren also dass sie dann von also von so vielen leuten aufgenommen wird auf das dann die selber damit was machen auf den gedanken kommen ach ich könnte lesen ich könnte selber ein verlag aufmachen ich könnte romane schreiben und so weiter dass dort quasi dann durch weil das gestiftet worden ist dann dann hier dann eine neue ein neues spiel des lebens beginnt auf einem neuen niveau wo man früher gar nicht gelesen hat vielleicht nur die bibel oder uralte geschichten weiter zählt so wird man auf einmal kreativ und es beginnen dann auch international beziehungen dass der man kommt in den fluss drittes video oder zwei eins zwei drei videos vor diesen kommt man in den fluss dazu muss erst mal möglich sein dass ich an einer stelle beim herrn gutenberg in der werkstatt ein ruhiger raum da ist jemand muss auch finanziell in die lage kommen der muss kapital haben dann das muss ich so weit ansammeln dürfen dass er die materialien hat vielleicht eine hilfe eine wohnung die soll trocken sein und dann hat er den ruhigen raum und die mittel um seine sterne vom himmel zu holen die gutenberg sterne eben die dann gestalt annehmen als eine buchdrucker presse mit den lettern und so weiter wie mache ich das denn und es muss vielleicht dann irgendwie einen förderer geben es muss eine möglichkeit geben irgendwie dass er irgendwas druckt und jemand sagt hey das ist ja prima dankeschön die erste bibel was auch immer dass der sagt dafür ist das unterstütze ich jetzt und damit kommt dein ding was du gemacht hast in die welt wieder solist auf der bühne steht steht jetzt der gutenberg auf der bühne alle können ihn wahrnehmen weil sie alle erst mal still sind in dem moment so ein so eine konstellation muss immer wieder geschaffen werden und dann kann der gutenberg abtreten das wird von den anderen übernommen und die entwickeln das weiter genauso wie auch dann computerprogramme wie word von microsoft und so weiter dann ja von vielen anderen aufgegriffen worden ist und eine sich diversifizierte in eine in einem riesigen angebot heute an möglichkeiten aber erst mal der moment auf der bühne und hier das publikum so das heißt du brauchst den zustand des einen du musst gewährleisten dass er sein kann du musst zustände schaffen auch mit gesetzen wenn der redet hältst du die klappe das ist als instinkt in uns schon einmal veranlagt und war früher in der gesellschaftsordnung war das einfach eine regel die wurde dann auch durchgesetzt das hast du gar nicht irgendwie lernen müssen irgendwo großartig in der schule weil das hast du irgendwie nebenbei mitbekommen deine eltern haben dir schon auf die finger gehauen klappe das war konsens heute sind wir in einer zeit wenn im zug irgendwie das habe ich mal auch in der wache beschrieben wenn im zug dann irgendwie fünf jugendliche 80 mann terrorisieren weil sie irgendwie meinen dass ihre ihre freude alkoholisiert lautstark ausdruck verleihen müssen dann ist niemand mehr da weil alle unsicher sind was ihnen das nun zu tun sei dass dann die reise doch auch eine möglichkeit ist auch vielleicht mal zu sich zu kommen sie vielleicht auch mal nett mit einem nachbarn zu unterhalten was natürlich nicht geht oder immer weniger geht wenn die da vorne rumgrölen dass eine bahnreise vielleicht auch sogar den sinn hat andere leute kennenzulernen das ist im spiel des lebens so eingerichtet worden ist all das wissen wir nicht mehr wie sie nur noch unsicher und dann kommt ein thomas liebeln steht auf und sagt dann sagt dann aus einer selbstermächtigung diesen fünf jungen leuten die ihm ja auch wer weiß was tun könnten ja sagen wir jetzt einfach mal schluss okay also das setting es muss das möglich sein damit die vielen es aufnehmen können dann verschwindet er wieder und die vielen machen etwas daraus hier gibt es ganz viele kleine einzelermächtigungen jeder macht dann seine eigene firma sein eigenes wort programm in seiner variante daraus entwickelt sich was ganz was anderes und am ende haben wir eine app auf dem handy so werden dinge auf dieser in diesem spiel des lebens so funktioniert das also wir waren jetzt haben wir grundlegend um dieses spiel zu verstehen quasi die möglichkeit der selbstermächtigung auf der einen seite dann jetzt stehe ich da männlich vor der welt die haben dieses prinzip gelebt auch mit einem ich muss mich verantworten vor dem könig ich muss meine doktorarbeit rechtfertigen ich muss irgendwie auch mich mich sagen nein das ist jetzt so ich heiße gutenberg und ich mache das jetzt auf meine art und weise dazu diente diese männliche linie die andere linie dieses auch mal beine breit machen mal aufnehmen sich beeindrucken lassen das war das was die volksebene da ist diese beiden prinzipien haben wir nun jetzt jeder also wurden jetzt getrennt in der menschheit entwickelt diese beiden prinzipien und jeder hat sie im grunde in sich nun als möglichkeit ich kann in mir sagen jetzt gehe ich in die isolation da ermächtige ich mich selbst und danach vergesse ich das auch wieder ich gehe aus meiner inneren studierstube jetzt werde ich wieder vergemeinschafte ich mich und jetzt bin ich wieder da auf dem sofa in der familie und lege mich mit dazu bin eine der einfach mal maul auf dem pfeil hält und sich beeindrucken lässt ich bleibe nicht die ganze zeit in einer situation wo ich sage was denn das für spacken und so weiter sondern ich kann beides jetzt lenken und zwar aus einer mitte heraus wo ich ein gefühl für das bekomme was notwendig ist auch aus einem verständnis des spiels des lebens heraus das haben wir überhaupt nicht gelernt wir haben nur gelernt regeln zu befolgen und das spiel das andere jetzt irgendwie also den rahmen den sie gesteckt haben mit irgendwelchen geld systemen die uns irgendwas zwingen und so weiter dieses spiel halt zu befolgen und es dann in diesem in diesem irrgarten für mäuse gewissermaßen dann einfach einzurichten so gut es eben irgendwie geht also die idee aber dass das ist sozusagen eigenschaften so verstanden männlich weiblich geschildert dass es die braucht in der richtigen dosierung am richtigen platz damit die impulse in die welt kommen können dann werden sie wieder so vergemeinschaften dann haben wir ein nächstes level auf dem level passieren wieder diese dinge etc die idee die ist auch bekannt auch anderen persönlichkeiten zumindest gefühlsmäßig oder und so instinktiv irgendwie schon im bewusstsein so herumgeschwört so in der seele also das ist jetzt nicht nur ich alleine denn ich sage euch gleich von wem das ist fragen wir uns wenn jemand mit vater und muttersprache wenn jemand charakterlos ist was heißt das was fangen wir damit an das heißt charakter dann nehmen wir sagen wir was ist denn überhaupt ein charakter ein charakter wie gestern geraldine gesagt hat sie hätte guten charakter ein bon charakter also das wäre der grund gewesen warum sie den vater der kinder dann auch den den neuen sie hat ganz früher irgendwie eine tochter gehabt dann 20 jahre pause dann kam noch mein kind nach und irgendwie so und sie hätte ihn rausgespissen den vater der kinder denn sie hätte ja einen guten charakter aus meiner sicht würde ich sagen das ist überhaupt nicht der fall weil ich männlich unter charakter gewisse eigenschaften verstehe und das ist so und so und so und so sie sie hat sich vielleicht weiblich irgendwie dagegen gesträubt dass er irgendwie sehr männlich dann irgendwelche auflagen macht dass er sagt du gehst dir nicht aus oder zu ihm gehst du das ist irgendwie aber irgendwie der gedanken eines guten charakters ich bin so und so also jemand der einen charakter hat der hat dann die charaktereigenschaften dann 1 2 3 4 wie eine art grundkonstellation die ist zementiert und du kannst dich quasi darauf verlassen der wird wenn du a sagst sagt der y das ist so der ist natürlich dann auch festgelegt er ist dann wenn er so geformt ist nicht in der lage dann auch mal die beine breit zu machen der ist nicht in der lage das auch mal zu vergessen und zu sagen naja unter anderen umständen muss ich vielleicht auch mal mich neu orientieren weil es kommt ja etwas neues in die welt dass da passt dann die alte schematische antwort nicht darauf also charakterlos werden kann auch damit gemein sein zumindest jetzt als 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 einen zustand von zweien das eine prinzipien also da bin ich mal auf dem pol damit ich mir auf dem pol beine breit machen gemeinsame also ein einfaches volk gesichtslos und so weiter mich einreihen tun was nötig ist so bin ich mal hier bin ich mal da charakterlos werden für den augenblick kann eben heißen ich lasse meine prinzipien vergesse sie einfach mal und dann bin ich empfänglich damit ich beeindruckbar wenn ich natürlich nur noch beeindruckbar bin dann dann bin ich ja auch im grunde willenlos dann kann jeder mit mir immer alles machen entschuldigung hemmungslos wenn ich hemmungslos bin dann mache ich mir keine gedanken sondern stürme einfach irgendwie auf ein ziellos das ist auf der einen seite ein guter antrieb also wenn es wenn es gilt in die tat zu schreiten weil vielleicht jemand einmal trinken ist dann springe ich einfach ins wasser egal ob ich jetzt hier einen teuren anzug an habe oder nicht kostet was ich wolle ich rette jetzt dieses leben ich tue alles es kann natürlich auf der anderen seite dann auch sein also es kann so eine art ja weibliches tun was nötig ist sich auch wenden sonst normalerweise tue ich das nicht aber jetzt tue ich das kann natürlich dann auch sein dass ich dann hemmungslos morgens um viertel nach eins dann da rum kichere und tele laut telefoniere während mein gast schläft dann wäre es natürlich nicht gut also wir haben das betrachtet je nach situation ok jetzt behauptet hier aber jemand dass wenn einer charakterlos wird also quasi keine zementierten grundsätze mehr hat dass er dadurch objektiv würde das ist das gesamte zitat dass ich dir gleich vorlese also erstellt sagt bitte ist also wenn hier charakterlosigkeit steht also das ist die genau wenn jemand charakterlos dann würde er objektiv werden das ist tatsächlich so wenn der mann aufhört die statuten die ihm sein könig gegeben hat als denkschablone wenn er sie einfach mal so ist das und nicht anders wenn er sagt okay jetzt möchte ich mal selber denken also wenn er insofern das was in ihn eingefügt und implementiert worden ist an vorschriften an vaterländische ordnung an so ist das bei uns egal du musst es nicht verstehen wenn er mal in der lage ist das aufzuweichen insofern seinen charakter mal zu verlieren dann erst schafft er die vorbedingung dafür dass er objektiv wird also wenn nicht das was er gerne sehen möchte was er als grundannahme verinnerlicht hat ohne es zu wissen ja die erde ist die erde ist rund doch 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 das ist so wir haben es nicht überprüft woran mache ich das fest nein es wurde uns gesagt ich habe selber noch nie hingeschaut welche indizien es dafür gibt dass zum beispiel die wolken dort das sind ja sehr merkwürdige gebilde wieso bleiben die oben am himmel kommt sofort der hammer auch der innere hammer sagen du spacken du was bist du für ein dummer dumpfbeutel das wissen alle das ja was denn was wissen alle dann dann liest du mal nach bei wikipedia oder meteorologie oder wo auch immer ja wir glauben nur zu wissen dass das halt dann irgendwie so da leichter sei und da also irgendwas wird zurecht gebrabbelt aber eigentlich kann ich nur sagen diese gebilde da oben die müssen levitieren es kann überhaupt nicht sein dass die wolken mit tonnen von wasser in sich die sie jetzt in sich tragen um sie im nächsten moment rauszulassen dass die da irgendwie dass die da oben schweben es ist physikalisch unmöglich aber das kann der charakter volle verstand insofern er von lauter irgendwie denkgeboten und denknormen so voll ist kann darüber noch nicht mal nachdenken weil ihm in ihm die ultimative abwehr kommen wird der die abwehr des alten königswortes der gesagt hat sitz das machtwort erst wenn ich mich gegen dieses machtwort den befehlston das ultimative mich auf meinen platz verweisen innerlich ermächtigt habe charakterlos in dem sinne geworden bin dann kann ich sagen okay was kann ich wissen und dann kann ich selber in meiner eigenen erkenntnis suche ohne das was in mir irgendwie doch das muss so sein ich muss es rund sehen die erde oder flach sehen oder ich muss es so sehen mit irgendwelchen vorbedingungen da muss ich es nicht in irgendetwas zwingen sondern ich kann wirklich mich frei hinstellen kann sagen was kann ich wissen was ist bekannt was könnte ich was ist unbekannt was müsste ich erforschen am ende würde ich sagen so ist es oder auch keine ahnung ich habe keine möglichkeit mit den erkenntnismethoden die mir zur verfügung stellen da irgendwie stellung zu beziehen also ich werde objektiv auch mir gegenüber dass ich sage ich weiß es einfach nicht das muss ich noch offen lassen oder steiner hat gesagt älterkraft levitation da könnte was dran sein können wir jetzt mal forschen so siehst du wie kompliziert die zusammenhänge sind mit charakterlosigkeit oder nennen wir eins mal zum beispiel treulosigkeit männlich verstandene treulosigkeit weiblich verstandene treulosigkeit alleine durch diese grunddifferenzierung wird so dieser kleine text vollkommen anders er wird hier moment treulosigkeit genau die treulosigkeit also keine treue keinen herren zu kennen ist ja nicht treulosigkeit das wird hier zusammengebracht mit der weite des horizonts weite des horizonts heißt viele möglichkeiten sehen also wenn jetzt sage ich mal mein mein liebes weib hat mich jetzt irgendwie auserkoren ich glaube ich dachte sie meint eigentlich nicht in thomas christian liebel mit genau der augenfarbe und identität und so weiter weil ich der ich jetzt geworden bin in meiner einzigartigkeit das glaubt ich als man fehlannahme in wirklichkeit in wirklichkeit wurde sie nur irgendwie von mir vom männlichen prinzip in diesem augenblick ihres lebens beeindruckt ich habe das gebracht der roman sie hatte einen geliebten in hamburg und sie ist irgendwie weggezogen fernbeziehung er verblasst langsam und der neue den sie auf dem markt kennengelernt hat an dem entzünden sich neue fantasien es geht vollautomatisch so und um ihn herum ranken sich jetzt irgendwie vorstellungen und möglichkeiten wieso wie so ein efeu beginnt einfach zu wachsen und von selber eben ranken zu treiben und es wird ein ganz so schönes schönes eigenes gewächs daraus ohne dass in irgendjemand da in diesem frauen menschen normalerweise das kontrolliert darf man drauf schaut um es fühlt sich im grunde schon an wie eine realität sie hat ihn nur gesehen in ihr wächst etwas und es ist eine vorstellungswelt die die fühlt sich absolut real an und in dem moment wo er dann bei schlaf voll führt da wird das ganze sozusagen dann bekräftigt dann wird das dann nimmt das ja so ist es und dann lebt sie quasi in dieser unter dieser beeindruckung also er hat es im grunde zementiert und dann ist für sie ja das ist unsere zukunft ich habe bisher schon vorausgesehen die götter haben gesagt da hat überhaupt kein gott gesprochen das ist dann auch eine automatische rang ein rang geschehen im weiblichen avatar entzündet an einer fantasie irgendetwas an diesem typen sie war haltlos geworden weil der in hamburg war nicht mehr da und irgendwie das gewächs so sucht irgendwo dann sucht der trieb irgendwie halt und dann sucht er hier ist dann so die wand oder der stock und dann sucht er halt und hat dann hat dann den gefunden und kann dann jetzt muss ich wieder mal mich konzentrieren nicht dass der gerardin jetzt gleich vorbeikommt die läuft jetzt gerade um die ecke okay ich habe gerade keinen bock auf kommunikation ach da sind sie ja noch so und dann irgendwie so das geschehen und dann zack und dann wird der neue auf dem markt der wird dann so umrangt der wird als anhaltspunkt genommen und um ihn herum ohne dass er es weiß ich habe das alles erlebt das ist wirklich so nehmen diese ganzen fantasiewelten entwickeln sich und dann irgendwie zack und dann wird er wird sie dann wird sie dann flachgelegt und fest genagelt im wahrsten seines wortes das trifft wirklich diese fantasie wird fest genagelt und dann weiß sie ja ich habe den richtigen gefunden und und eine strahlende zukunft liegt vor mir es war nur eine von vielen möglichkeiten mit einem anderen hätte sich eine an einem anderen hätte sich eine andere zukunft je nachdem was der mitzubringen hat je nachdem was dessen beschäftigung ist und so weiter was dessen firma beruf lebenslage verwandtschaftsverhältnisse und so weiter ist hätte sich etwas anderes entzündet also es richtet sich es sind nur möglichkeiten das das weib ist von sich aus ist treulos ich habe gesagt im weiblichen avatar ist das prinzip der treue zu einem anführen nicht verankert das ist das ist dem männlichen eigen dass er dass er immer nach einem stern da oben sucht das mag dann ein jawohl ein gefolgsmann sein deshalb sie männlein suchen wirklich wie der hund nach dem stock wo ist er denn dass er endlich laufen kann suchen sie nach jemandem an dem sie sich als vorgesetzten als chef als idol wie auch immer als held orientieren können sie suchen immer nach orientierung und sobald sie es mal haben vielleicht auch nur irgendwie ganz flüchtig ja da muss ich hin dann winkt irgendeiner mit geld scheinen und die kerle laufen sofort los die mädels laufen auch aber nur weil sie beeindruckt sind aber da müssen wir mit den motiven immer sorgsam gucken was da was was ist also er sucht das und fixiert sich da drauf und macht dann seine laufbahn die hat dann noch nur ein ziel und sie ist grundlegende weibliche avatar bereit im grunde aus allen nur vorstellbaren möglichkeiten sich halt dann beeindrucken zu lassen okay dann ist es halt jetzt diese das ist jetzt der in hamburg hieß dann tim und das ist jetzt der xaver und morgen ist der peter und ist im grunde egal und vielleicht auch mal sogar meine nachbarin das ist auch eine möglichkeit diesem weiblichen avatar in der welt der grenzenlosen möglichkeit ohne ohne charakter zementierung was richtig und was falsch ist ist halt einfach eine von unendlich vielen möglichkeiten okay so und jetzt kann und jetzt ist jemand da der sagt treulosigkeit ist die voraussetzung für eine weite des horizonts und begeht einen gedanken fehler sage ich heute denn ein horrid also eine eine grenzenlose möglichkeiten der weibliche avatar überblickt ja nicht aus sich heraus ohne den kristallisationspunkt ist ja niemand da der diese vielen möglichkeiten als solche erkennt und überblickt der sich rechenschaft geben könnte ja stimmt ich könnte das lebensmodell wählen das und das und das und das und dann könnte ich vielleicht moralisch auch noch rangehen und mich mich fragen welches davon ist denn richtig welches davon ist denn eigentlich erstrebenswert ja ich könnte auch natürlich mit dem mafiaboss zusammenkommen aber ist das denn so richtig so also also weder kann man die vielzahl der möglichkeiten als solche erkennen noch sie beurteilen noch sie moralisch und so weiter das heißt nur weil ich treulos bin treulos ist einer ich kann einfach herum ich kann einfach beeindruckt werden willkürlich und dann flitze ich einfach zwischen den ganzen vielen möglichkeiten des lebens im grunde von ihnen herum geschubst flitze ich im grunde hin und her dann bin ich ein blatt dann bin ich ein blatt im wind und ich bin eine hure einen weite des horizonts hat nur jemand der still stehen kann der prinzipien entwickelt entwickelt hat das heißt wenn das bezieht sich eigentlich auf den männer menschen der die uralte samurai treue gegenüber seinem oya bun seinem anführer gegen jawoll und so weiter der das erkannt überwunden hat und dann nur noch sich aus einer wahrhaft krieger poet spirituellen gesinnung sich dann nur noch dem heiligen geist oben und dem christus unten verpflichtet fühlt denn das ist unabdingbar krieger bin ich nach oben poet bin ich als jemand der im leben steht der das leben die poesie des lebens eben auch spürt wie das leben eben spielt und nicht seine gedankensphäre ist losgelöst von von der familie sondern sie 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 holt sich immer quasi dann unten rat von der königin sind meine gedanken denn wirklich schön das was ich denke ich hoffe du kannst auf der grundlage all dessen was wir entwickelt haben jetzt schon ganz einfach greifen also jemand spielt mit diesen ganzen elementen die irgendwie die natürlich auch vorkommen ich habe es noch mal vorexerziert und ich sehe sie dir gesamte jetzt lese ich dir die gesamte das gesamte kleine zitat vor und zwar die folge ist also wenn wenn sich elemente vermischen würden so sagt er es kommt wieder der nächste frauen mensch mit irgendeinem balken schleppton es ist heute so willkürlich ich muss euch jetzt nicht zeigen diese art von weiblichkeit aber also ein ein sehr berühmter staatsmann hat in seiner schrift gesagt geschrieben wenn also hier schön in der stadt dann alles sich alles wunderbar vermischen würde multi kulti die folge ist dass mischlinge wenn sie alles so schön mischt auch sexuell mischt so wie hier gerade gesehen vielfach charakterlosigkeit hemmungslosigkeit willensschwäche unbeständigkeit pietätlosigkeit und treulosigkeit mit objektivität vielseitigkeit geistige regsamkeit freiheit von vorteilen und weite des horizonts verbinden also wenn sie ich versuche es mal hier weil es ist nicht keine gegenüberstellung also die aus charakterlosigkeit das verbindet sich dann mit objektivität hemmungslosigkeit vielseitigkeit geistige regsamkeit willensschwäche also willensschwäche geistig und so weiter ich kann es hier einfach mal kurz abfilmen dann kannst du selber noch mal lesen hältst du das video an und dann liest du das was auf den ersten moment völlig krank anmutet und wirr anmutet ist aus der frage entstanden die auch unsere frage ist das grundproblem unserer zeit nämlich die was im alten adel mit diesem gesellschaftlichen system das wir hatten du machst das so und so und nur sprechen dann und die frauen kleiden sich so die männer so und nur das ist richtig und das ist falsch dass das natürlich festgekrustet ist dass man mit solchen vorstellungen nicht in die zukunft kommt das ist auch mehr leuten klar geworden dass zum beispiel die so dass mehr leuten klar geworden aufbauend auf rodo steiner bin ich den weg gegangen dass ich mir dass ich sagte es gab aber ich hinter den regeln also das sind die regeln und die kamen aber von einer eben oben runter wo etwas eine gewisse vorstellung der welt also wie das welt von zu wie das welt wie die welt funktioniert also man hat das verstanden die beiden prinzipien und hat dann eine gewisse spiele ordnung geschaffen so wie wir monopoli oder brettspiele oder rollenspiele oder was auch immer erfinden oder carcassonne oder siedler von katan ich habe das schon erwähnt und das ist eine aber schon dekadent gewordene nicht mehr zeitgemäße ordnung der dinge gewesen die wir auch in den ganzen verquickungen der adelshäuser vorfinden also wo man zu einem in einem gewissen sowie in der sag ich mal in in der kindheit das richtig ist gewisse dinge so und so zu machen da lesen wir dann comics und dann kichern wir unter der bettdecke und und revoltieren gegen die eltern schon ein bisschen so weil wir halt dann heimlich was machen wenn man das verhalten nicht ablegt mit der pubertät und zum erwachsen sein dann wird es krank und ähnlich ist diese gesellschaftsordnung die geschaffen worden ist ganz offensichtlich nicht für mündige menschen gemacht und sie ist so man hat im grunde schon lange vergessen wo ich wo sie her kam auch die königshäuser selber und ja ja irgendwie man liest quasi nur noch irgendwie ja nimm eine taschenlampe und unter der bettdecke und liest dort mach es heimlich also was einfach heimlich das ist gut man hat vergessen den zusatz in der zeit wenn du zehn elf jahre alt bist dann mach das mal das ist gut das entwickelt so ein bisschen so scham und privatsphäre das mein eigener raum da kann niemand reinschauen damit hängt es nämlich zusammen das hat man alles vergessen man kennt die ganze fußnoten nicht mehr und deshalb ist das prinzip als geheimhaltungs prinzip in der welt verblieben und hat sich aufgeblasen zu den geheimdiensten es ist im grunde eine idee die ist wirklich nur in einem ganz begrenzten rahmen gültig und die wurde dann als welt zum welt prinzip erhoben weil man hat gesagt das muss irgendwie so sein das leuchtet doch total ist leuchtet nicht ein sondern das ist ein unverständiger geist die ganzen typen die da oben in der regierung sind die eben von tut und blasen keine ahnung haben aber es ist ja auch so schön wenn man geheimdienst hat dann kann man so schön eben seine macht durchsetzen das kommt noch von der anderen seite her dazu also kudenhove kalergi ein ein auch mit dem europäischen ich weiß nicht er selber war glaube ich sein vater preußischer offizier also irgendwie so niedriger hatte glaube ich aber auch aus der adeligen schicht er hat sich so überlegt wie kann in die welt besser werden hat die situation also die die also so kann diese so kann es nicht mehr weitergehen auf dem holodex situation hat er auch durchaus erkannt aber hat daneben nicht den nächsten schritt machen können also nicht mehr den nächsten schritt machen können dass er dass er das auf der basis von rolle steiner und dessen was wir hier machen irgendwie in eine sinnvolle ordnung bringen könnte und von daher ist sein ziel also gewöhnen das heißt die die gesamte europa politik europa politik denn er ist der geistige vater europas die gesamte europa politik baut auf der dem konzept dem rezept sozusagen alles soll sich durchmischen alle charakterlichen grundsätze sollen weg die leute sollen hemmungslos werden also emd hemmt werden sie sollen willens schwach werden also fernsehen und so weiter auch keine antriebe mehr haben keine sehnsucht mehr keine wirkliche die dich in der welt was bewegen lässt lass sie unbeständig werden vielleicht auch durch ständig sich widersprechende meldungen durch eine unsicherheit dass sich darauf nichts mehr verlassen kannst das bafög ja was muss ich denn zurückzahlen das steuersystem was gibt es denn jetzt weil das verändert sich fast stündlich pietätlosigkeit hast du also dass du also dann alles was frömmigkeit ist das durch auch eine schwurbel esoterik letztlich in eine absolute in eine absolute willkürlichkeit überführst denn dann bist du nicht mehr fromm dann bist du einfach im grunde eine spirituelle hure wenn wenn im grunde alles jetzt irgendwie für dich ja der jesus auch der christus jetzt wird nicht mehr differenziert wer war jesus wer war christus wie hängt das alles zusammen wie gehört das ganze in die europäische entwicklung die bewusstseinsentwicklung und spirituelle entwicklung auch des christentums im abendland wie hängt das alles damit zusammen was war mit dem parsifal das wird alles durcheinander gewürfelt und von daher wirst du am ende pietätlos und das drückt sich auch im leben aus in dem dann also die leute auch dann nicht also keinen keinen anstand mehr im leib haben können es ist ja gut diesen leid diesen anstand auszutreiben weil wir ihn jetzt uns selber wieder neu finden müssen aber er für ihn soll es sollen quasi zustände geschaffen werden in der es unmöglich wird sich noch irgendwie zu dann eine frömmigkeit vorzuarbeiten weil es gesagt wird weil dann halt mit diesen mit diesen kommunistischen kampfbegriffen gearbeitet wird also jeder der jeder der jetzt irgendwas festlegen möchte männlich also so ist das einfach mal der wird dann gleich als so einer gebrannt markt also es wird den leuten heute nicht nur angeboten sondern auch mit diesen kampfbegriffen sagt man vorsicht also das einzige was du heute noch sagen kannst und sagen darfst ist dass man nichts mehr sagen darf du hast ultra tolerant zu sein nur wenn die leute kommen die irgendwas festlegen wollen dann bist du intolerant das also alles und auch was jetzt dir gegen deinen gegen deinen schweinehund geht du möchtest auf dem sofa liegen und dich nicht am abwasch beteiligen ja dann dann hast du jedes recht dieser welt dann aufzubegehren denn dein schweinehund ist der maßstab aller dinge wir nennen das aber anders wir nennen das dann emotionalen missbrauch so und damit ist eine grundlage geschaffen geschaffen dass die leute nie mehr wirklich zu einer frömmigkeit außer einem rum frömmeln außer außer oh ja so irgendwie so so auf dem sofa liegen sich den bauch reiben bisschen masturbieren so das ist dann die art von das wird dann als frömmigkeit verstanden wenn man dann sagen würde ich habe diese reden eins zu eins habe ich sogar schriftlich wenn man fragt so wissen leben werden im leben auch ich möchte gut werden und gut und gut und gut und gut und gut da kamen zehnmal in verschiedenster konstellation das wort gut also die sprache ist ohnmächtig die worte sind weg du kannst nichts mehr sagen und wenn du keine worte mehr dann kannst du auch nichts mehr sagen christus war der und der es wird in eine absolute formlosigkeit wird das ganze ist das ganze über schon jetzt überführt worden treulosigkeit natürlich promiskuität ist also habe möglichst viele treib es wo immer mit wem die leggings schon wieder eine gleich zack ficken sagt der mann in mir der kerl sagt ganz klar die musste ficken das ist einfach so der mann der rohe kerl in mir der lebt ja immer noch da und er meldet sich auch immer mal der sagt also ich lasse natürlich nicht zu aber weil so aber ich empfinde es halt als zumutung aber wenn das zumutung so wir sind sofort in einem mahlstrom des irrsinns werden zum herz der finsternis gezogen wo sie dann alle nur noch wild genau das tun was er sagt wo sie dann alle wild rumvögeln wie gesagt der vater der europapolitik der inzucht mensch ist dann ein seelen mensch der mischling ein mehrseelen mensch also wenn sich alle schön vermischen und so weiter ja über den starrsinnigen national menschen war ja was im bezug auf das national hatte sogar recht und am ende genau dann sagt er die eurasisch negroide zukunftsrasse äußerlich der alte ägyptischen ähnlich wird die vielfalt der völker durch eine vielfalt der persönlichkeiten ersetzen diesen aussagen gegenüber kann man sich nur wappnen mit diesen videos in der heutigen zeit auch die ich bin ich da lege ich wirklich meine hand ins feuer da ermächtige ich mich heute so habe ich ja minzbach gesagt ich war ein eingeweihter und ich bin hier und trete auf nicht lasse es mir auch nicht mehr ausreden weil ich dir sage mein lieber mitmensch in auch mit meiner mit einer männlichen und von michael unterstützten kraft sage ich dir wir sind auf diesem holodex sind wir einfach wir sind in das teufelsküche wo wir auch so schnell nicht wieder rauskommen werden in jahrhunderten vielleicht wenn irgendetwas noch überlebt wie bei aragon die ganze höhle mit den dracheneiern wenn für sollte irgendwas überleben kommen wir dann vielleicht irgendwie raus aber jetzt es ist durch eine nicht greifen dieser beiden prinzipien erst isolieren dann auch noch hier in der schichtung des männlichen schichtung des weiblichen und wie das jetzt dann zusammenspielen muss in einem fluss mit dem sog und druck wie die alte gesellschaft war kompliziert was uns jetzt als rollen als rollentheater als rollenspiel was wir kennengelernt haben in den alten gesellschafts aufbauten das ist nicht so einfach das sieht einfach aus weil wir es halt wie so ein handbuch ist einfach nachlesen können aber wir waren ja auch nicht drin sage ich mal dort wo ein könig salomo vielleicht dann recht gesagt hat das ist das gesetz aber hier lasse ich gnade vor recht ergehen aus welchem abwägen heraus hat er das gemacht aus welchem abwägen heraus wurden entscheidungen getroffen wer jetzt nun wen heiraten soll also in der mutterwelt da waren sehr sehr viel mehr dinge wie hamlet eben da sagt da sind sehr viel mehr dinge in diesen alten gesellschaftsordnungen zwischen himmel und erde als die schulweisheit sich heute träumen lässt die alten gesellschaften waren extra aus einer aus einer einfachen aus den einfachen grundprinzipien geschaffen aber mit einer extremen weisheit wurde das ganz sorgsam hingestellt mit vermittlungsgliedern mit menschen die dann vermittlungsaufgaben hatten und weise älteste räte frauenräte und so weiter die angebunden waren mit göttern das ganze war trotzdem sehr kompliziert auch wenn es uns einfach erscheint und wir die wir heute hochtechnologie produzieren und uns sagen wir dichter und denke ja wir sind ganz tolle exportweltmeister von hochtechnologie die ganze welt steht irgendwie schlange um unsere fähigkeit da irgendwie da irgendwie sagen die deutschen haben eine maschine wieder gebaut ja wir müssen jetzt nur noch begreifen dass wir auf einem anderen gebiete hoch technologie hoch stehendes wissen nämlich gesellschaftskunst dass wir die schaffen müssen und mit derselben kraft mit der schwarzen ritter damals im grunde ist mit der gesamten welt aufgenommen haben mit derselben kraft mit der hochtechnologie geschaffen wird in umwelttechnologie mit der kraft eines bewusstseins dass das überhaupt notwendig ist umwelttechnologie was sie nämlich aus mitteleuropa von den deutschen haben alle anderen völker also weitestgehend kommt es nur von hier ganz klein nachzuvollziehen wenn du durch die welt gehst sonst ist doch überhaupt kein bewusstsein was wir was in den seelen hier veranlagt ist auch im bewusstsein überhaupt für die geschlechterfrage das ist nur hier und deshalb müssen wir alle anstrengungen jetzt machen das ist meine einladung alle anstrengungen im bewusstsein der verantwortung auch der kraft und machtfülle die wir haben dass eine anstrengung ist zu leisten um diese neue gesellschaftskunst ausgehend von diesen einfachen elementen um die hier zu schaffen denn die die heute die geschicke dieser welt bestimmen dass sie die sind einfach nicht diesen einfach gestrandet an der bemühung manch einer erkennt ja an was eine titanische bemühung und aufgabe ich hier leiste manch einer sieht es ja aber das ist notwendig weil aus diesem aus dem versagen letztlich der anderen die es versucht haben die ganzen weltkriege hervorgegangen sind und der ganze gender waren und all die vergewaltigungen weil mir jetzt irgendwie ganz afrika jetzt einfach mal hier integrieren will aber wenn du irgendwie dann irgendwie die einfach nur hier rein stopft und herein presst hat das ja mit integration nichts zu tun da ist ja auch das integer sein nicht weit es ist eben ein komplizierter prozess der sich aus dieser kunst nur ergeben kann die ich ja versuche hier in die welt zu bringen ließ bitte das erwachene lämmer erwirbt mein buch ermöglicht mir mein wirken dadurch auch die geisteskraft der einseligen europäer wird das angeborener starrsinn und damit kern des übels verstanden das ist die maxime die ja ganz klar von dir ganz klar also das denken dass ein was ein starres männliches denken ist dass ich doch nicht gegen die obrigkeit emanzipiert hat das ist meine erklärung die geisteskraft der europäer wird als angeborener starrsinn und damit kern des übels verstanden also musst du diese geisteskraft abschaffen du musst die menschen schwachen geistes machen so ist wirklich seine tiefe so als hätte eine mathematische gleichung gelöst sagt er das ist doch jetzt ganz einfach die folge von inzucht kann nur also das sei die folge von inzucht so und kann nur durch frisches blut beseitigt werden und zwar durch die vermischung vermischung mit vitalen willens menschen also man sieht in afrika da machen die das hemmungslos also auch das da und die trommeln auch so schön und die schreien auch so laut und haben ja auch da eine vitalität und so weiter weshalb ja viele sich auch 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 heilung erhoffen von den von den schamanen von den voodoo leuten dort also die verknöcherten europäer fahren dann ins gelbfieber verseuchte togo oder wie auch wo auch immerhin um sich dann von den von den ja mit schwarzer magie arbeitenden voodoo leuten dann dann irgendwie erlösung zu erhoffen die einfach dann nichts weiter machen als den als den weißen halt am nasenring durch die manege zu führen und dann irgendwelche also das ist unglaublich auch dann ihr inneres kind heilen zu lassen und der ist ja auch nicht dumm der neger ist ja auch nicht dumm sage ich mal diese art von von wesenhaftigkeit die dort lebt und und dann die die sorgt natürlich schon dafür dass der den rest seines lebens dann da sich die seele aus dem leib schreit und er wird natürlich nie wieder gesund werden also es ist so irre die gesamte europapolitik baut auf dem für ihre erfinder glaube ich wirklich so als ja das ist jetzt wirklich das richtige empfundenen konstrukt auf sie werden jede art von von geisteskraft von auch tradition von historie von wirklicher schulung von einem wirklichen männlichen prinzip dass ich natürlich erweitern müsste hier zu einer zu einer ermächtigung nach oben hin oder andersrum eben dass man da die die besippenbande auch auflöst und sich dann wirklich in der wahren nächsten liebe mit allen menschengeschwistern zu verstehen beginnt auch die kunst entwickelt dieses verständnis überhaupt zu ermöglichen sich im katzenkorb zu orientieren auch mit anderen die nicht aussehen wie man selbst und so weiter also eine also er möchte im grunde dass alle katzen jetzt hier in den korb kommen und je und es wird belohnt je mehr sie miteinander vögeln und jeder mit jedem und die also je weniger moral je hemmungsloser je triebgesteuerte das ganze ist die unbewusster das ganze ist das wird belohnt das wird befördert das ist die politik weil man sich quasi durch die abschaffung von jeder geisteskraft moral tradition oder königsschule was ich in die welt bringen möchte indem man das verhindert glaubt man dass dadurch wieder ein wille geboren wird der dann aber quasi durch eine art ja aus natürliche auslese so schildert er es auch dann werden aus diesem großen wie vitalen bevölkerungsbrei die also gerade mal schlau genug sind um einen gabelstapler fahren zu können oder vielleicht irgendwie eine komplett mit irgendwie befehle eingeben zu können um eine eine komplizierte bohrmaschine steuern zu können ich habe das mit horst besprochen eine hoch komplizierte die müssen sich auch nicht verstehen du musst nur wissen welche knöpfe du bandrücken muss und dafür studierst du heute ingenieur denn das ist im grunde das ingenieur studium du lernst nicht zu verstehen dass du lernst nicht zu verstehen du lernst nur zu exekutieren auszuführen so diese art von dieser art von avatar ebene die wird aktiviert diese art von hirn ja die ja schon lange mal hochgezüchtet worden war in der vergangenheit die wird benutzt damit du ein sklave wirst damit im grunde das was die anderen dir schaffen damit das ausführst und am ende werden es ein paar maschinen sein die besorgen die ganze die ganze die ganze nahrungsmittel produktion und dann und dann vögel rum und er sagt die werden das recht haben auf freie liebe und dann die andere die adelsschicht die und da sind wir schon heute fast da und gehören leute wie macron und so weiter die gehören dann zu der selbst ernannten adelsschicht die natürlich anspruch auch haben auf den ganzen luxus auf die entscheidungsgewalt und so weiter vor allen dingen haben die nicht das recht auf freie liebe sondern auf freie ehe die sollen dann wirkliche partnerwahl betreiben können die sollen in einen die sollen in einen geistigen und anderen adelsstand erhoben werden auch wo die erziehung erhalten durch die jahr siebte mit der avatar bildung so durchgeführt werden dass sie dann noch in der lage sind sich zu begreifen ihren eigensein und dann auch das andere die bekommen auch posi die bekommen all den zugang zu all dem was wir in der königsschule haben sollen nach meinem dafürhalten um dann zu sagen im verständigen so urteil mit dir will ich nun eine ehe eingehen und zwar zu diesem und jenem zweck denn die frage was sollten das ganze theater hier auf dem holodeck das ist denen da oben auf ihrer zumindest durchaus klar uns ist es überhaupt nicht klar wir sollen ja auch nicht kapieren wir sollen es einfach miteinander treiben und dann kommen dann ebenso einseitige weibereien daraus mit den kindern die halt dann einfach jetzt schon wo alle avatar ebenen zerstört werden die wesentlichen weil sie von null bis sechs vor den fernseher gesetzt werden und dann beginnt dann der notenterror und interaktion auf der anderen seite die sollen also wie gesagt rechts auf freie liebe jeder vögel mit jedem und bitte auch dann irgendwie die afrikaner alle ins land rein alles mischmarsch und im grunde so und auf die da oben diese kleine schicht im elysium du erinnerst dich die sollen dann haben das recht das recht dann auf freie auf freie ehe und wenn man sich jetzt fragt wer sind die oben denn dann sagt er uns das auch letztes wort aus diesem zufalls adel von heute also wo dann einfach jeder hergibt seine sterne vom himmel holt das soll nicht sein von heute wird die neue internationale und intersoziale adelsrasse von morgen hervorgehen alles hervorragende wird sich erkennen und zusammenschließen nach den geheimen gesetzen erotischer attraktion deshalb deshalb sind die auch alle gehen die auch alle miteinander in die kiste und deshalb sind die auch alle haben die auch alle direkt an ihren stecken das hat auch damit zu tun nur den edelsten männern wird die verbindung mit den edelsten frauen freistehen dann wird man dafür sorgen dass die anderen gar nicht hochkommen und umgekehrt minderwertige werden sich mit dem minderwertigen zufrieden geben müssen mach dir das klar du gehörst man lieber mit mensch ganz klar zu dem minderwertigen aus deren sicht und ich auch dann wird die erotische lebensform der minderwertigen und mittelmäßigen freie liebe sein die daraus erwählten freie ehe so wird der neue zucht adel der zukunft nicht hervorgehen aus den künstlichen normen menschlicher kastenbildung sondern aus den göttlichen gesetzen erotischer eugenik wo war uns eugenik schon mal begegnet das ist ja eigenartig und wer gehört zu dem adel das sagt er ein paar zeilen weiter davor lese wie gesagt mein buch des erwachen der lämmer hier auf seite 404 haupt träger haupt träger des korrupten wie des integeren hirn adels des kapitalismus journalismus und literatentums sind juden die überlegenheit ihres geistes geistes prädestiniert sie zu einem hauptfaktor zukünftigen adels in dem zuge erscheint die ganze politik das weit nach dem krieg man plötzlich dann von ausschütz und so weiter zu sprechen begann als wäre das so eine art neue entdeckung dass dann fotos hoch kamen erscheint dann wie ich auch ausführe einfach mal in einem neuen licht kodenhofer kalergi ist derjenige der also der einen preis gestiftet hat da ist eine stiftung auf ihn wurde von ihm dein leben gerufen hängt zusammen mit den zionisten und so weiter der hat unsere lieben mutti angela merkel wurde aber da ein preis der auf ihn lautet der kodenhofer kalergi preis in 2012 für ihre was wie hieß es dann für ihre großen leistungen für europa für ihren außergewöhnlichen einsatz für ein solidarisches europa wurde dieser europa preis zu erkannt die stark erkältete kaiserin kanzlerin bedankte sich mit heiserer stimme und sagte gerade in der jetzigen zeit ist der preis einen ein neuer ein ist dies ist der preis ein neuer ansporn da auf dem weg weiter zu gehen ja außergewöhnlicher einsatz für solidarität schreibe ich und ansporn den weg weiter zu gehen es scheint offensichtlich extrem anstrengend zu sein denn für die verboten europäer zu ein bisschen kooperation zu bewegen wir erfahren nicht wohin genau der weg geht aber es ist wohl irgendwie modern demokratisch und solidarisch aha denken sich wohl viele schäfler dann mal weiter so entweder kommen andere menschen gleich mir ins bewusstsein dass wir spiele tester auf dem holodeck sind und dass nur hier ein bewusstsein dafür geschaffen werden kann auch erste maßnahmen eingeläutet werden kann die dann in seminaren bestehen werden die wir miteinander am anfang ich werde sie begründen und dann andere treten an meine treten dann helfen mir und so weiter dass wir einander helfen die avatare erst mal zu verstehen sie zu sie sie auf die richtige stufe weiter zu entwickeln und dann das neue das wahrhaft könig kaiserliche miteinander proben und aus dem heraus dann auch gesellschaftliche einrichtungen da werden wir auch experimentieren nach dem hier gelegten grundverständnis mit der vergemeinschaftung eben im katzenkorb und dem herausragen und wie das dann wiederum zusammenspielt das werden wir miteinander diese welt werden wir miteinander schaffen entweder geschieht das oder es geschieht nicht und wenn es nicht geschieht kann von außerirdischen nicht eingegriffen werden ins holodeck das gilt es unbedingt zu verstehen denn thomas christian bis bald